Innerhalb weniger Sekunden füllt sich dann die digitale Rentenübersicht mit den entsprechenden Daten. Es ist schon so, dass das Nutzerbedürfnis im Vordergrund steht. Grundsätzlich sind die gesetzliche, die betriebliche und die private vertreten in dem Portal. Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge. Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Isabel von Ruth. Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen, schreiben und streiten für das DIA. Isabel, heute ist mein Lieblingsthema an der Reihe. Dein Lieblingsthema? Wir sprechen über Urlaub, sehe ich das richtig? Nein, damit musst du noch bis zum Sommer warten. Heute reden wir über die digitale Rentenübersicht. Oh, Klaus. Heute ist ein Projekt an der Reihe, das ich schon sehr, sehr lange mit dem DIA verfolge. Nämlich die Möglichkeit, dass Menschen mit wenig Aufwand sehen, was sie im Alter an Rente und Altersvorsorge bekommen. Das ist sehr löblich. Ich lege das immer ganz schnell ab mit einem kurzen Blick auf meinen Rentenbescheid und gucke, dass er ganz schnell verschwindet. Aber wenn ich das jetzt digital sehen könnte, wäre das natürlich schon eine Wucht. Genau, da hast du schon das Problem benannt, Zettel weglegen, vergessen. Und das soll die digitale Rentenübersicht ändern, dass man auf relativ einfache Art und Weise sehr schnell erfährt, welche Renten, welche Altersvorsorgungsansprüche man in Zukunft haben wird. Ich bin gespannt. Ich bin ja skeptisch, wenn ich so an andere digitale Projekte denke, die in Deutschland da stattfinden oder eher nicht stattfinden. Ich bin sehr gespannt, Klaus. Frau Petersen, herzlich willkommen im Podcast. Rente gut, alles gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Frau Petersen, schön, dass Sie dabei sind. Frau Petersen, bevor wir ins Thema einsteigen, lassen Sie mich Sie doch ganz kurz vorstellen. Sie sind Leiterin der zentralen Stelle für die digitale Rentenübersicht der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und Sie arbeiten, das ist Ihre eigene Einschätzung, bei einer der modernsten Behörden in Deutschland, nämlich bei der zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen. Und ich habe gehört, Sie laufen sehr gern. Das kann ja von Vorteil sein, wenn man einen langen Atem hat bei solchen Projekten, die ja dann doch viel Ausdauer benötigen. Ja, das hat sich bewährt, Geduld zu haben und immer daran zu glauben, dass man am Ende das Ziel erreicht. Lassen Sie uns ein paar Worte sagen, was ist die digitale Rentenübersicht? Einige haben es vielleicht schon gehört, einige sind vielleicht auch schon dabei, aber es gibt sicher noch einen großen Teil in Deutschland der Rentenversicherten oder der Altersvorsorge-Sprache, die von Ihnen noch nie was gehört haben. Der Name verrät einiges, aber sagen Sie uns, was machen Sie? Die digitale Rentenübersicht ist ein Online-Portal, das die zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht auch entwickelt hat und betreut. Und hier werden den Bürgerinnen sehr transparent und übersichtlich die individuellen Altersvorsorgeansprüche über alle drei Säulen, also gesetzlich, betrieblich und privat, angezeigt. Ich war auf Ihrer Homepage vor einiger Zeit und habe da gesehen, da stand noch was von Pilotphase. Aber eigentlich sollte doch schon der Regelbetrieb begonnen haben. Also es ist so, dass die Pilotphase ja im Dezember 2022 gestartet ist. Da haben wir die digitale Rentenübersicht ja schrittweise eingeführt. Der Go-Live war dann am 30.06. des vergangenen Jahres und der Regelbetrieb bedeutet, dass wir jetzt das Portal weiterentwickeln, immer entlang an den Nutzerbedürfnissen. Wir haben auch die Möglichkeit, das Portal umfassend zu evaluieren, insbesondere aufgrund der Rückmeldungen der Nutzenden. Aktuell ist es so, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die uns die Daten ja auch zur Verfügung stellen, im digitalen Datenaustauschformat noch freiwillig teilnehmen können. Hier ist es so, dass eine Verordnung auf den Weg gebracht wurde Anfang dieses Jahres durch das Kabinett und wir warten darauf, dass diese in Kraft tritt. Und dann müssen alle Vorsorgeeinrichtungen die jährliche Standmitteilung an ihre Kunden versenden, dann bis Ende dieses Jahres auch produktiv mit uns Daten austauschen. Jetzt sind wir ja schon ganz schön tief eingetaucht. Für mich stellt sich aber erstmal die Frage, was muss ich überhaupt tun, um die digitale Rentenübersicht nutzen zu können? Also der beste Einstieg ist über unsere öffentlich zugängliche Webseite. Rentenübersicht.de. Dort gelangen Sie auf eine Seite, wo Sie sich erst einmal informieren können, ganz allgemein über das Verfahren auch erfahren können, welche Vorsorgeeinrichtungen auch schon am Verfahren teilnehmen. Sie können auch allgemeine Informationen über das Thema Alterssicherung erhalten und von dort, von dieser öffentlichen Seite, können Sie dann abspringen in den sogenannten Geschützenbereich. Hier ist es notwendig, dass Sie sich authentifizieren mit dem elektronischen Personalausweis. Sie brauchen auch zur weiteren Identifikation Ihre Steueridentifikationsnummer und dann können Sie auswählen, mit welchen Vorsorgeeinrichtungen Sie auch in die Interaktion gehen und können dann im Prinzip Ihre individuelle digitale Rentenübersicht anfordern. Sie hatten gerade gesagt, es braucht den Ausweis mit dieser Freischaltung, dass ich auf Online-Plattformen mich identifizieren kann mit diesem Ausweis. Nun gibt es doch sicher noch eine ganze Reihe von Personalausweisen, auf denen diese Funktion noch nicht freigeschaltet ist. Das wurde ja anfangs nicht obligatorisch gemacht, sondern man musste das beantragen. Was wurde denn in solch ein Fall? Also was man sagen kann, ist, dass mittlerweile fast alle Ausweise mit diesem Chip ausgestattet sind und die Interessierten müssen jetzt ihren PIN einholen und können sich dann direkt über die Ausweis-App einloggen. Das heißt, sie müssen hier nochmal Kontakt auch mit den Meldestellen aufnehmen. Und generell, das kann ich sagen, lohnt sich natürlich die Einrichtung des elektronischen Personalausweises, weil die öffentliche Verwaltung mehr und mehr Services ja auch anbietet, die man dann über diesen zentralen Service dann auch abrufen kann. Und vielleicht ein Beispiel, gerade die Energiepauschale für Auszubildende und Studierende. Da war es ja auch notwendig, den Personalausweis zu nutzen. Und das haben sehr, sehr viele junge Menschen getan. Es war dann auch zwischenzeitlich mal die meist heruntergeladene App. Also es lohnt sich, das tatsächlich auch dann aktivieren zu lassen. Das heißt, ich brauche meinen Ausweis, ich muss mir den PIN anfordern, damit ich den online nutzen kann und die App runterladen. Und dann bin ich startklar für Ihre Plattform. Genau, Sie brauchen noch Ihre Steueridentifikationsnummer. Die finden Sie auf Ihrem Einkommensteuerbescheid. Okay, verstehe. Und wie viele Personen haben diese Hürde schon geschafft und sind auf Ihrer Seite? Ja, das sind aktuell rund 150.000 Nutzende, die die digitale Rentenübersicht angefordert haben. Da ist auch kontinuierlich ein Anstieg zu verzeichnen. Wie geht es denn weiter? Ich habe mich registriert. Das Verfahren hat noch funktioniert. Ich habe bei mir gemerkt, es hatte an einer Stelle ein bisschen geragt, aber okay, vielleicht lag das auch an mir. Ich bin jetzt angemeldet. Was muss ich dann machen, dass ich sozusagen tatsächlich eine Auskunft bekomme? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können wählen, ob Sie gezielt Vorsorgeeinrichtungen auswählen, die die Daten einspielen sollen in die digitale Rentenübersicht. Oder aber Sie können alle Vorsorgeeinrichtungen, die aktuell angebunden sind, auswählen. Das fiel sich auch vor dem Hintergrund, gerade mit Blick auf die zweite Säule, die betriebliche Altersvorsorge, weil es durchaus Menschen gibt, die vielleicht auch nicht mehr wissen, dass Sie unverfeilbare Anwartschaften haben. Und da kann ich immer nur sagen, es empfiehlt sich tatsächlich, dann vielleicht auch alle Vorsorgeeinrichtungen auszuwählen. Ja, und dann geben Sie den Startschuss für die Anfrage und bekommen dann sehr schnell die Antwort. Und Sie haben dann die Möglichkeit, wenn die Daten in die digitale Rentenübersicht auch eingelaufen sind, die Informationen zu exportieren auf Ihr mobiles Endgerät, beispielsweise, wenn Sie eine weitergehende Beratung benötigen. Okay, und mit was für einem Zeitrahmen muss ich da rechnen? Also ich drücke den Startknopf, ich habe alles angeklickt und wann bekomme ich denn die Informationen ungefähr? Also ich kann Ihnen sagen, aktuell sind wir in einem Synchronverfahren. Also alle die Vorsorgeeinrichtungen, die bei uns angemeldet und auch Daten zurückmelden, antworten synchron. Das heißt, innerhalb weniger Sekunden erfüllt sich dann die Daten, die digitale Rentenübersicht mit den entsprechenden Daten. Aber wir haben eine Verabredung mit den Verbänden getroffen, dass die Antwortzeit aktuell noch bis zu fünf Tage dauern kann. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir natürlich auch sehr viele kleine Vorsorgeeinrichtungen haben, die noch nicht in der Lage sind, synchron zu antworten. Diese fünf Tage hatte ich beim Stöbern auf Ihrer Internetseite entdeckt und hatte mir gesagt, also fünf Tage ist ja nun nicht gerade eine digitale Laufzeit. Da erwarten ja eigentlich Nutzer, die sich online bewegen, ganz andere Reaktionszeiten, also Online-Banking oder Investmentplattformen. Da kriegt man ja sofort eine Antwort. Wie ist denn das Ziel? Wie soll das weitergehen? Bleibt es in Zukunft bei diesen fünf Tagen? Ja, wie gesagt, aktuell sind alle im Synchron-Datenaustausch-Verfahren. Wir werden natürlich spätestens zum Ende dieses Jahres dann auch sehen, wie die Antwortzeiten dann auch sind, wenn alle angeschlossen sind. Aber das Ziel ist es natürlich, die Antwortzeiten deutlich zu reduzieren, denn das, da haben Sie völlig recht, ist natürlich auch die Erwartung der Kundinnen. Wir sind da auch ein Stück weit immer auch auf die Interaktion mit den Vorsorgeeinrichtungen angewiesen. Und aktuell, wie gesagt, nehmen wir aber auch Rücksicht auf kleinere. Also mal ketzerisch gesagt, Sie haben da schon einkalkuliert, dass kleinere wahrscheinlich das alles händisch machen am Ende noch. Da ist eine Excel-Liste irgendwo, die aufploppt. Und dann gibt es einen Sachbearbeiter, der muss dann sozusagen einzeln raussuchen, was die Anfragen betrifft. Also wie es genau bei den Vorsorgeeinrichtungen, bei den kleinen Abläufen, kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen. Aber es war die Bitte der Vorsorgeeinrichtung, hier Rücksicht zu nehmen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass natürlich die Vorsorgeeinrichtungen auch ein großes Interesse daran haben, dass diese Informationen schnell zur Verfügung gestellt werden. Dann sagen Sie doch mal, wie viele sind denn inzwischen angeschlossen? Die, die drauf sind, sind synchron, das ist schon mal gut. Aber ist die Liste schon groß? Wie viele machen schon mit? Also insgesamt sind aktuell rund 285 Vorsorgeeinrichtungen mit uns im Datenaustauschverfahren, aufgeteilt allerdings auf 19 Organisationen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir auch Verbundsanmeldungen haben. Das heißt, beispielsweise die Rentenversicherung, die ja auch direkt am Anfang schon auch mitgemacht hat, hat ja 16 Träger. Und das heißt, das sind eigentlich alles eigene Vorsorgeeinrichtungen. Und wir haben aber eine sehr lange Liste von angemeldeten Vorsorgeeinrichtungen. Sind dann auch schon über 400, die jetzt aktuell im Anbindungsprozess in der ZFDR sind. Und wir hoffen natürlich, dass die dann auch relativ zügig, produktiv die Daten liefern können. Haben Sie denn schon erste Erfahrungen, die sich aus der Pilotphase ergeben haben? Wurde schon was verändert infolge dieser Phase? Ja, wir haben ja sehr früh begonnen, das Portal zu evaluieren. Bereits in der sogenannten ersten Betriebsphase hatten wir eine ganze Reihe von Vorsorgeexperten, aber auch Nutzenden befragt. Und wir werten jetzt auch die Rückmeldungen der Nutzenden aus, die wir über Feedbackbögen bekommen aus dem Portal. Und hier haben wir schon einige Funktionen verbessert für die Nutzenden. Wir setzen jeden Monat neue Funktionalitäten ein, immer auch ausgerichtet an den Bedürfnissen der Nutzenden über das, was auch rückgekoppelt wird. Aber natürlich sind da auch Themen, die rückgemeldet werden, über die wir uns natürlich auch noch mal mit den Gremien, mit den Verbänden unterhalten müssen. Wie entwickelt sich dann auch mittelfristig das Portal weiter? Sie hatten vorhin schon gesagt, dass bislang die Teilnahme freilich war. Jetzt gibt es einen Zeitpunkt Ende des Jahres, wenn ich es richtig verstanden habe, wo dann alle die mitmachen müssen, die bisher schon sogenannte Standmitteilungen verschicken, die also schon informiert haben auf dem Postweg. Es gab dann auch einen Brief. Wie wird es denn weitergehen? Es gibt ja immer noch ein paar große Bereiche, die außen vor sind. Ich sage mal Beamtenversorgung zum Beispiel. Gibt es da schon einen Fahrplan, was aus diesen Bereichen wird? Aktuell sieht das Gesetz hervor, dass genau diese Beamtenversorgung nicht umfasst ist. Aktuell ist mir jedenfalls keine Initiative bekannt, dass sich das jetzt ändern wird. Aber natürlich ist das auch ein wesentlicher Baustell der Alterssicherung. Wie sich das aber entwickeln wird, das kann ich Ihnen aktuell auch nicht prognostizieren. Ja, ich hatte die Beamten genannt, aber es gibt da noch einen Bereich in der betrieblichen Altersversorgung. Da sind die sogenannten Direktzusagen bislang ausgeschlossen. Nun habe ich gesehen, Bosch macht bei Ihnen mit und die machen mit allen mit. Bosch hat bewiesen, dass man auch eine Direktzusage in die Rentenübersicht eingliedern kann. Ist da vielleicht ein bisschen auch, ich sage mal, Bequemlichkeit vorgeschoben worden, weil man sich vielleicht auch im Unternehmen Gedanken machen muss, wie man eine Standmitteilung oder eine Aussage zu einer Direktzusage für Sie bereitstellen kann? Also aktuell ist es tatsächlich so, dass die Direktzusage ja freiwillig sich beteiligen kann. Immer die Vorsorgeeinrichtungen, die im Prinzip auch die Standmitteilung übermitteln. Und das Interesse ist schon, das kann ich sagen, auch groß von Unternehmen dann auch mitzumachen. Voraussetzung ist aber natürlich, dass diese jährlichen Standmitteilungen dann auch übermittelt werden. Und ob nachher am Ende alle auch dann teilnehmen, freiwillig oder verpflichtend, das müssen wir, glaube ich, abwarten. Es ist natürlich schon so, dass das Nutzerbedürfnis auch ein Stück weit im Vordergrund steht und man natürlich auch als Vorsorgeeinrichtung vielleicht irgendwann in die Situation kommt, auch gefragt zu werden, warum jetzt die entsprechende Vorsorgeeinrichtung, wo ich meine Anwartschaften auch abgeschlossen habe, nicht teilnimmt. Also wir müssen abwarten, wie sich jetzt auf die Zeit auch die politische Diskussion und auch in den Verbänden entwickelt. Also ich kann Ihnen da momentan keine Prognosen abgeben. Das verstehe ich ja, weil da müsste ich die Politik fragen. Ich will nur auf eins aufmerksam machen, was ein Riesenproblem wahrscheinlich sein wird. Wir haben in der betrieblichen Altersversorgung sogenannte Mischzusagen, wo ich eine Direktversicherung drin habe und eine Pensionskasse und vielleicht ein Teil geht dann in eine U-Kasse oder in eine Direktzusage. Das heißt, die Pensionskasse muss melden, die müssen dann reinstellen. Das ist aber nur die halbe Miete, die dem Nutzer gezeigt wird, weil das andere Teil, was aus der Direktzusage kommt, steht nicht da. Also da sind nur meine Bedenken, da muss ich die Politik noch mal Gedanken machen, damit es nicht so falsch aussagen kann. Ja, das ist völlig richtig. Das gilt genauso für die Beamtenversorgung. Ja. Ja. Okay, ich verstehe das jetzt richtig. Wir haben eine digitale Plattform, die uns quasi alle drei Säulen aufzeigt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das tatsächlich noch nicht gesichert, dass wir auch alle drei Säulen abgebildet sehen. Doch, aktuell haben wir alle drei Säulen abgebildet. Okay, aber wir haben nur... Die können nicht gespielt werden im Zweifel. Na, wir haben... Die gesetzliche Rentenversicherung ist von Anfang an dabei. Das ist Teil der ersten Säule. Also wir haben nicht das gesamte Portfolio der ersten Säule und auch der zweiten Säule nicht drin. Und wie gesagt, das muss, glaube ich, auf die Zeit betrachtet werden, wie sich die Politik da auch ausrichtet. Aber grundsätzlich sind die gesetzliche, die betriebliche und die private vertreten in dem Portal. Haben Sie eigentlich mal über die Grenze geschaut? Es gibt ja einige Länder, die sehr lange schon solche Plattformen betreiben. Gab es da Dinge, die Sie sagen, das könne man für Deutschen übernehmen? Das ist eine gute Erfahrung? Ja, wir haben uns natürlich die Portale auch der Staaten, die das auch schon zur Verfügung gestellt, genau angeschaut. Da ging es insbesondere auch um die Frage, wie werden die Daten bereitgestellt, wie werden sie dann auch aufbereitet? Das war für uns wirklich ganz hilfreich, auch zu schauen, wie sich so ein Portal über die Zeit auch entwickelt. Denn keins dieser Portale, das wir uns angeschaut haben, sieht jetzt noch so aus, wie wir zum Beginn des Verfahrens. Und ich denke, das ist auch, womit wir rechnen, dass natürlich je mehr Menschen auch teilnehmen, sich das Portal, und das ist ja auch angelehnt an den Bedürfnissen oder ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Nutzenden, sich natürlich dann auch entsprechend weiterentwickelt. Aber es war schon gut zu schauen, welche Darstellungsformen insbesondere gewählt werden. Wie wird denn das Portal zukünftig auch beworben werden? Weil außerhalb dieses Kontext habe ich das ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Hätte ich mich da nicht mit Klaus unterhalten, wüsste ich bis heute nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir sehr zurückhaltend gestartet sind, auch das Portal öffentlich zu bewerben. Hat auch damit zu tun, dass wir ja auch noch nicht ganz so viele Vorsorgeeinrichtungen haben, mit denen mit uns in den Datenaustausch gegangen sind. Und es ist natürlich immer wichtig zu schauen, wie bewerbe ich ein Portal? Und dann habe ich nachher am Ende vielleicht den einen oder anderen Nutzenden, der wirklich enttäuscht ist, weil er seine Vorsorgeeinrichtungen und seine entsprechenden Anwartschaften noch nicht wiederfindet. Wir haben die Kommunikation aktuell begleitet durch einzelne Pressemitteilungen der Deutschen Rentenversicherung, Bund. Aktuell sind wir auf Social Media, auf Instagram tatsächlich Facebook aktiv. Es wird aber voraussichtlich im Frühjahr auch noch mal eine Veranstaltung geben, wo wir dann auch noch mal das Portal stärker in die Öffentlichkeit rücken wollen. Und spätestens Ende des Jahres, wenn dann das Portal eigentlich, ich will mal sagen, prall gefüllt sein sollte mit Anwartschaften, dann wird natürlich auch das Marketing stärker aufnehmen. Aber es ist wirklich so ein Balanceakt, dass ich ein Portal bewerbe und am Ende nachher doch Menschen enttäusche, weil sie ihre persönlichen Anwartschaften nicht wiederfinden. Also man muss doch ein gewisses Erwartungsmanagement machen, weil man weiß ja auch nie, wie die Pilotphase oder die Startphase am Ende ausgeht. Dass dann nicht die, die schon willig waren und auf die Plattform kommen, dann plötzlich enttäuscht sind und nie wieder zurückkehren. Aber lassen Sie uns noch mal über die Zukunft reden. Wie geht es denn weiter? Also ich hatte zum Beispiel die Frage, ist denn angedacht, auch mal Realwerte zu zeigen? Im Augenblick zeigen Sie ja Nominaldaten. Das heißt also, der Betrag X wird genannt, den ich als Rente erhalte. Den gibt es aber erst in 30 oder 35 Jahren. Bis dahin hat die Inflation mächtig zugeschlagen. Insofern wäre auch also ein Realwert nach Inflation ganz interessant. Gibt es da Überlegungen in dieser Richtung? Also tatsächlich ist es so, dass die Evaluation ergeben hat, also die Rückmeldung der Nutzenden, dass sie sich schon eine Kaufkraftbereinigung auch wünschen. Und wir werden uns dann sicher auch mit den Verbänden und auch mit den beteiligten Ministerien auch dem Verbraucherschutz darüber unterhalten, wie wir, in welcher Art und Weise, wir auch diesem Wunsch dann nachkommen können. In Großbritannien hat man den Weg gewählt, dass der Staat eigentlich nur eine Plattform bereitstellt und andere Initiatoren, Unternehmen, Versicherungsträger oder ähnliche, sozusagen Bausteine andocken können. Wäre das für Sie auch ein Weg der Entwicklung, dass Sie sagen, wir machen die Plattform kompatibel für andere, die da mitentwickeln wollen mit eigenen Lösungen? Aktuell ist es so, dass der Gesetzgeber diese Möglichkeit ausgeschlossen hat. Das hat einfach damit zu tun, dass man dem Nutzenden eigentlich immer auch die Hoheit über seine Daten übertragen wollte und man eben auch nicht sicher, also nicht dieses Durchleiten der Daten an andere Institutionen ermöglichen wollte. Das war wirklich ein ganz tragender Pfeiler auch im Gesetzgebungsprozess, dass man hier die Hoheit immer beim Nutzenden lassen will, ob sich das in Zukunft verändert. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber dass der gesetzliche Wille war aktuell tatsächlich so, diese Durchleitungsfunktion, will ich mal sagen, und das Bereitstellen der Daten in andere Portale, Bereitungsportale, ganz grundsätzlich nicht ermöglichen wollte. Aber, und das ist auch nochmal wichtig, die Kunden haben natürlich die Möglichkeit, die Daten zu exportieren, hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, auch über bestimmte Formate, das auch einspielen zu lassen, dann bei Ihren Beratungsunternehmen oder auch bei den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, das ist jetzt schon auch möglich. Wird es eigene Bausteine geben, die Sie noch anpacken, zum Beispiel, ich sage mal, einen Rentenrechner oder so einen Sparrechner, das man selber auch ein bisschen spielen kann und eigene Szenarien auf der Grundlage der Daten berechnen kann? Also diese Szenarienrechner ist auch tatsächlich eine Funktionalität, die wir von den Nutzenden zurückgekoppelt bekommen haben, dass das schon ein Wunsch ist, dass das Portal in die entsprechende Richtung weiterentwickelt wird. Auch das werden wir schauen, wie wir uns dazu aufstellen werden. Aktuell ist es so, dass wir ja nur die Daten abbilden, die auch tatsächlich in den jährlichen Standmitteilungen übermittelt bekommen. Hier haben natürlich auch die Vorsorgeeinrichtungen selber auch die Möglichkeit, das auch zur Verfügung zu stellen. Aber wir sind gesetzlich gebunden, im Prinzip die Daten ausschließlich, die in der Standmitteilung enthalten sind, dann auch abzubilden. Diese Plattform und die Einrichtung der Plattform war ja ein langes Hin und Her und ursprünglich war das ja auch zu komplex angeblich, um das darzustellen. Wie sehen Sie das denn heute? Jetzt sind Sie dabei. Es hört sich für mich jetzt immer noch relativ komplex an und vor allen Dingen ziemlich vielschichtig. Wie sehen Sie das jetzt, nachdem Sie die erste Pilotphase quasi gut hinter sich gebracht haben? Also was man, glaube ich, sagen kann, dass das Alterssicherungssystem in Deutschland schon sehr komplex ist. Und natürlich war es dann auch sehr sportlich, in zwei Jahren dieses Portal auch zu entwickeln und vorher natürlich auch die Abstimmung vorzunehmen mit den jeweiligen Verbänden. Allerdings, und das, glaube ich, war hier auch sehr wichtig und auch ein Erfolgsfaktor, dass wir ein Gesetz, das wir umsetzen mussten, an der Hand hatten, was sehr klar auch bestimmte Regelungen auch geschaffen hat, in diesem Rahmen, wie wir uns dann auch bewegt haben. Also das war schon auch sehr hilfreich, aber es war immer getragen, auch in den Abstimmungen mit den Verbänden, auch den Ministerien hier, auch den Nutzenden wirklich ein gutes Produkt zur Verfügung zu stellen. Und deshalb haben wir hier auch, glaube ich, gute Lösungen geschaffen, weil tatsächlich der Wille, Transparenz zu schaffen, für die Kundinnen hier im Vordergrund stand. Und trotzdem, und das will ich auch sagen, war es natürlich für alle sehr anstrengend, auch dieses Portal zu entwickeln. Aber umso früher waren wir dann im Sommer auch, dass der Start so gut funktioniert hat, auch das Datenaustauschverfahren sehr robust funktioniert. Also wir hier auch keine Ausfälle haben, die Daten zuverlässig geliefert werden. Und die Evaluation zeigt uns auch, dass die Kundinnen mit dem, was wir bisher entwickelt haben, auch zufrieden sind. Also die Weiterempfehlungsquote und auch die Nützlichkeit des Portals werden sehr hoch bewertet. Kann man denn sagen, dass die Nutzer, kann man die denn einer Altersgruppe zuordnen? Sind es diese Digital Natives, die es vorwiegend nutzen? Oder geht es über alle Altersklassen hindurch? Also aktuell ist es so, dass wir die Kundinnen eher in der Gruppe der mittleren Generation, will ich sagen, habe. Aber natürlich ist es ganz wichtig für uns und da müssen wir ausschauen, dass wir natürlich die Jüngeren auch für Altersvorsorge interessieren. Und das wird auch eine ganz zentrale Aufgabe sein, wie wir dieses Portal interessant machen für Nutzende, die jüngeren Alters sind. Und da spielt natürlich auch das zielgruppengerechte Marketing eine große Rolle. Aber das werden wir natürlich jetzt auch in den nächsten Monaten, auch in den nächsten Jahren natürlich ganz eng in die Betrachtung nehmen. Also ich bin dann gespannt, wie Sie auf TikTok die Tolerantenübersicht bewerten. Welche Formate das dann sein werden, werden wir sehen. Ja. Am Anfang spielte ja der Datenschutz eine Riesenrolle. Da gab es ja wirklich heftige Diskussionen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ist das jetzt endgültig vom Tisch mit diesem Modell, dass die Datenschützer sagen, okay, mit dem können wir gut leben? Also ich will sagen, wir haben einen sehr, sehr großen Erfolg erzielt, dass es gelungen ist, die Steueridentifikationsnummer als zentralen Identifier in das Verfahren dann auch zu integrieren. Das ist ja eigentlich eine zweckgebundene steuerliche Nummer. Und das war für uns wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, ein sehr großer Erfolg, dass die als zentraler Identifier jetzt auch dienen kann. Und das Verfahren darüber dann auch einfach gestaltet werden kann. Wichtig ist, und das war dem Gesetzgeber und auch dem Datenschützer wichtig, dass die Nutzenden immer die Hoheit über ihre Daten haben. Und so ist das Verfahren aktuell auch angelegt. Also gut, dass Sie die Steuer-ID ansprechen. Ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich hatte das vor Jahren auch mal vorgeschlagen, weil ja die Frage dann stand, was nutzen wir als Zugangsmerkmal oder als Identifikationsmöglichkeit. Da habe ich gesagt, nehm doch die Steuer-ID, die haben alle ja. Da wurde mir also rechtstheoretisch eine Riesenbegründung geliefert, warum das überhaupt nicht möglich sei. Insofern hoch Achtung, dass Sie das geschafft haben. Ja, es ist für das Verfahren wirklich von zentraler Bedeutung, dass wir diese Nummer integrieren konnten. Ja, dann hoffen wir, dass sehr, sehr viele mit den Daten vor allen Dingen auch was anfangen. Das ist das Wichtigste. Das Ziel war ja, dass die Altersvorsorge und Versicherten daraus auch Schlussfolgerungen für sich ziehen und genau im Bilde sind, was sie im Alter erwartet. Insofern hätte ich zwei Wünsche, die sich wahrscheinlich mit den Ihren decken. Es sollen sich möglichst viele Nutzer anmelden und es sollen möglichst viele Versicherungsträger mitmachen, auch vielleicht die, die nicht per Gesetz dazu verpflichtet werden. Ja, da stimme ich absolut mit Ihnen überein. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Petersen. Also ich nehme mit, ich brauche einen PIN, damit ich meinen Ausweis freischalten kann. Dann brauche ich den digitalen Ausweis sowieso natürlich und ich brauche die Ausweis-App und ich brauche die Steuer-ID-Nummer und dann geht es los und ich kann mich digital in Schneckenpostschnelle informieren. Das hast du jetzt gut zusammengefasst. Kann ich alles bestätigen? Ich bin nämlich schon angemeldet. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Wir hatten als DIA ja versprochen, als die Pilotphase begann, dass wir uns das anschauen werden oder ein bisschen testen werden. Ich habe mich eingeloggt. Es ist wirklich so, die Auskunft, die ich bekommen habe, die war sofort da. Ich weiß auch, dass das vollständig war, weil ich meine Altersvorsorgeansprüche kenne. Insofern war meine Erfahrung ganz gut. Der Anboarding-Prozess, der ist jetzt für einen Älteren vielleicht nicht ganz so einfach. Also man muss schon genau hinschauen, was man zu tun hat, aber das ist relativ gut beschrieben auf der Website der digitalen Rentenübersicht. Wenn wir uns registriert haben, wird es einfacher und es hilft uns tatsächlich in diesem Dickicht gut aufbereitet, unsere Zahlen zu erkennen. Das ist auf jeden Fall so und wer noch nicht angemeldet ist, der kann auch bei uns nochmal vorbeischauen. Wir haben ja schon viele Jahre so einen kleinen Rentenschätzer, wo man zumindest eine erste Prognose bekommen kann, was man als Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung erhält und was man vielleicht dann noch privat dazu bauen kann. Wer dann die genauen Zahlen haben will, der sollte sich bei der digitalen Rentenübersicht anmelden. Da kriegt das dann von der Rentenversicherung exakt ausgerechnet. Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen und das hat auch wieder zu Ihrem Erkenntnisgewinn beigetragen. Podcast hören, bildet, das sage ich immer wieder. Scheuen Sie sich daher nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.